Zum Bauen braucht man einen Traum, ein Projekt, talentierte Menschen, eine Idee und Qualitätsmaterialien. Seit 1937 bringt MAPEI Innovation in die Welt des Bauens, indem das Unternehmen die Bedürfnisse von Fachleuten und Anwendern aufgreift und ihnen Antworten liefert. Die meisten Menschen nennen sie Produkte. Wir nennen sie Lösungen. Ob für Infrastrukturprojekte, Wolkenkratzer oder Wohngebäude, unser Engagement ist immer das Gleiche. Für MAPEI sind Innovation und Entwicklung ein Credo. Forschung und Entwicklung sind das Herzstück unseres Unternehmens. Eine Strategie, die dazu geführt hat, dass MAPEI sich von Italien aus zu einem globalen Unternehmen entwickelt hat, das auf Baustellen auf der ganzen Welt präsent ist. Um die Herausforderungen des nachhaltigen Bauens gemeinsam zu meistern, entwickelt MAPEI langlebige Lösungen, die die Umwelt schonen, um zur Reduzierung der CO2-Emissionen während des gesamten Lebenszyklus beizutragen. Teamwork, das sich auf die Gemeinden um uns überträgt und die lokale Wirtschaft, den Sport und die Kultur fördert. Wir sind auf der Seite derjenigen, die heute bauen und dabei an die künftigen Generationen denken. Und auf der Seite derjenigen, die die Bauten von gestern und damals bewahren wollen. MAPEI ist auf jeder Baustelle im Einsatz und arbeitet mit Planern, Installateuren, Architekten, Bauarbeitern und Unternehmen zusammen. MAPEI ist ein Partner, auf den Sie sich immer verlassen können, egal vor welcher Herausforderung Sie stehen. MAPEI, eine Gegenwart bauen, die eine Zukunft hat.